So, dann wollen wir weiter zocken. 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 Und bald darauf erwischt's uns dann. Andy holt ja, was er kann. Aber da die Streifenwagen die Barrikade verstärken... Ich bin jedem dankbar, der herumstöbert und das Nötigste herbringt. Nennen wir's Requirierung. Die Ladenbesitzer kriegen sicher keinen Ausgleich wegen höherer Gewalt. Wahrscheinlich nicht. Öffentliches Telefonrufen... Was sind wir da draußen noch? Das ist das. Das ist der Mainstreet. Das ist der Mainstreet. Das ist der Mainstreet. Das ist der Mainstreet. Okay. Das ist der Mainstreet. Das ist der Mainstreet. Okay. Okay. Jetzt können wir noch neben uns schon machen... Ja, das klären wir dann, oder? Das musst du mir jetzt nicht erklären. Ja, das kannst du dir merken, aber das musst du uns nicht ständig sagen. Ah, das hier tun wir aber oben, warte. Okay, und wo muss man hin? Ach, da runter. Okay. Irgendwo, wo er innen in der Seite ist. Ich glaube hier drüben. Raven's Knock. Genau. Hier drüben. Down, down, down. Da sind zwei kleine Pussies. Miau. So. Naja, das machen wir dann. Aber... Ein staubiges Buch in Madame Gets. Ich habe hier alles voller Detail. Zum okkulte Symbolismus. Die Kenntnis holischer Muster kann dazu dienen, Waffen mächtiger zu machen. Studieren Sie die Muster in dem okkulten Buch und lernen Sie, wie man Rune zu einer Glyphe arrangiert. Die Glyphe kann dann auf einen Chaosfokus übertragen werden, um ihn mächtiger zu machen. .... Ohje. in mussten und das hier aus So. Ohne Sonne. Nehmen. Glyphen-Werkzeug. Hallo? Und da hinten noch. Ist doch egal. Ohne kombinieren, um eine Glyphe herzustellen. So. So. Hm. 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 So. Hm. So. 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 Soll das sein. Soll das Böse... Soll es dir zu Ende. Soll es dir richtig? Das ist dein Ding. Soll es dir nicht? Soll das Böse... ...da da 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 da... Dann schauen wir jetzt das durch raus... Ah, ich muss hier hin Ich muss hier hin Ich muss hier hin Ich muss hier hin Oh, was geht Was ist denn was für ein hässliches Spiel? Ah, wir haben hier hin Schließen dritte 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 Ah, tsch Schließen dritte Kings Wie war denn das Host hier? Kräfte? Ach, Pee. Ist das auch, ja. Das ist Fleisch, Leute. Was ist hier so? Hier ist alles. Was ist hier so? Tiefmutter. Große Tarnesmutter. Nächster Schütze Kronaden folgen und die Lootenfeuer sind Ach, das ist ja der Scheiß Ach, diese Kisten sind voller verfaulter Tentenbrüche und wer gestanden ist, würde ich irgendwie jemand oder etwas mal verdrohnen und Tentenbrüche denn mehrere Kisten wurden von den Lasten ihrer Untergezogenen aus wollen sie der Spur mal herauszufinden für wen er stimmt in den Klieren und ob ein Wunschmähken der Zwischenwahrzeuge ist Erstmal hier rein Achso, und Erste Hilfe kostet Ich hab ihn gefunden Was ist denn jetzt so? Ach, drei Stück? Na ok Ah, er ist ja ihm Oh, jetzt kann er ihn mal Wie schön ist er ihn mal Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab es mit dir Ich hab es mit dir Ich hab es mit dir Ich hab das eine neue Bedeutung Ich hab das in dir Nein, gues, gues Da unten? Hm... Hm, das ist gut, du bist eine alte... ...und das Wasser... Gummelt Not meines Ey, woher wird das schon nicht lästlich? Widerlich Was sind alles Dinger? Was muss ich jetzt machen? Zurück Ich muss den jetzt mal haben Wie ist denn jetzt hier? Wie ist denn jetzt hier? Wie ist denn? Ja, wie ist denn das? Wie ist denn das Fische? Wie ist denn das? Wenn Sie sich um die, keine Leute, Abschiedsbräne. Entschuldigung, ich hab meinen Mann. Einer. Und er. Wie ist das nur der Computer? Oh. Oh oh oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ja. Ich kann er zu討ern. nur wenn sie sich das Blut ausmacht und ich will Klinge durchdrehen so ok da sind die Klingeln ach so die ist in den Chatten drin erfordert Klingel, er verbraucht alle Klingelressourcen, kanalisierter Bündungsangriff der Po-Treffer abhängig von der Anzahl der verbrauchten Sourcen ok na dann ach x war da, dass man springen wie kommen wir denn da wo der E-Tag stand hier vorne noch so ein Pool ja schon, wo ihr da wo eh Okay. Ah, da war ich. So, da war ich. Sooo... Okay. Ich glaube, ich will so einen scheiß Wungelhops in die gemacht. Das nervt. Ach, leg mich auf den Arsch. Ich habe 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 den Arsch. Kurz. Ja, ja, ich verehrte ihn. Vorräthin eine Lager. Hier ist das Lager. Was kriegen wir da? Blockwert Dokument Das ist Dokument Ich nehme das hier Hmm, was haben wir denn jetzt nicht? Trefferwert Okay Herstellen Äh, ne, ich wurde ja hin So Zerlegen Das geht nicht zuzulegen Das krieg ich noch nie zuzulegen Das Wollt schon mal schnell Das ist umherstellen Das kann ich eigentlich nur verkaufen Und schweiß Oh 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 Oh, hey Oh 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 so ein bisschen wie wo ging das so jetzt muss ich glaube ich aufs dach springen auf die mülltonne zack 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 hier gab ein pump wieso kann ich die eigentlich nicht nehmen und genau da ist so wieso warum ja das hat aber meistens auch einen grund so sprit ist aber teuer was die post wohl wahrscheinlich so sprit sprit So... Das war's für mich. Sch... So. Sch-chal-sch... Schnett. Nnnn... Nnnn-nnnn... Lass ihn in Ruhe Ach hier, die Kamera Ich bin nochmal direkt an dem Haus vorbei geraten Da muss ich glaube ich sehr viel plennen Die Leiter hoch Und dann wieder hoch Genau So, gehen wir runter Und jetzt muss man das Geh Auf das Dach Können wir also nicht Übertreibs nie So Übertreibs nie Jetzt erlegen Sie das vor meiner Rückkehr Neue Kameras finden Sie im Untergeschoss Vergessen Sie nicht Das Laboratorium auszufüllen Und bei der Museumsverwaltung einzweichen Ok Das ist also das Bergbaumuseum Das ist also das Bergbaumuseum Ja, eine Soloinstanz Ja Ich glaube das war mit dem Schleichen Und den Laserstrahlen Und... Ach... Ein Hausmeister an einer Kamera Genau, die durch und vorweiten die ganz richtig aus Ich denke Sie sollten gehen Sie sollten sofort gehen Sie müssen gehen Weil ich mich im Moment nicht Besonders stabil fühle Ähm Vor allem die stabil Ich denke Ah, hier haben wir uns zu gehen. Was ist dort denn dort hoch? In Schaltung. So, genau. So. Ist das ausgemacht? Ähm. So. 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 Oh, die bewegen sich. Oh. Oh, der muss hier hin. Ich bin schön. Äh. Ich bin schön. Äh. Äh. Wir reichen denn ja? Das wird geschen. Ich hoffe, dass ich nicht auch hier drauf bin. Und dann doch, ha ha. Okay. Was ist denn mit der Kino? Was ist denn mit der Kino? Okay... Ja, verlassen. Jetzt müssen wir mal eigentlich richten. Energie trinken. Was macht der? Ich erinnere ein paar Sekunden an dem Schaden. Was macht der? 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 Wie? Der folgende Seiten? Oh, bisschen. Gesundheit? Ich weiß... Es kommt... Nee... Ich weiß nicht. 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 Schöne! Ich muss hier nicht die Kiste abgeben. Oh, okay. Sooo Because Ah ja Das war's für mich. ...hah... ...sindlich schon irgendwie... ...sprocher des Vorges von mir... Ach, bitte kommen wir mal aufs Kuh. Und für alle, bitte gehen wir ja die ganzen Scheiße von Kuh. Rechts klicken für den Verkauf. Lula's took me out. Hey. den Scheiß nimmt sie ok der will die Pistole haben und schmeiß sie weg was soll lecker jetzt piff puff puff die die so so jetzt bestimmt durch den Monitor gucken die 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 So, was machen wir jetzt? Stationssicherheitssystem 1 Dann kann man das System initialisieren Eine Dann sehen wir die aus der Kur Die zweite Kamera Die vierten Und die dritte geht hoch Okay Das geht alles Das geht nicht Schwertig Ja Hier oben Hallo Sandy Mills Sandy Ruhm Da hier oben Machen wir es mit dem Und zwar Und zwar Andy hat eine Theorie über die Monsters Die meeren gehen von hier vorrücken ich weiß es war und wird sie draußen stehen sie ihre schuldung aus und auf ja auch die richtigen spuren aber diese lebenden toten damit komme ich gerade noch so zurecht das sind leichen rumlaufen sonst nichts aber die anderen dinge groß und blass schleimig wie maden der nebel hat sie angespült sie 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 haben die dorfbewohner raus ins meer gezogen sie ertränkt genau wie mein dad die kätzchen er hat sie in einem müllsack mit aufs meer genommen sagte sie sie würden schwimmen gehen weil sie das training brauchen sie kamen nie zurück paar jahre später mein dad auch nicht mehr ich vermisse die kätzchen immer noch die dorfbewohner kamen zurück hatten so was wie eier dabei die großen kommen aus diesen eiern sowie die körperfresser kommen sie liegen überall herum werden bewacht und ich sag mir handy das hat was zu bedeuten das muss ein hinweis sein warum was bewachen wenn es nicht wertvoll ist das ist polizeiarbeit logik ganz einfach ich denke also was war zuerst da mal oder ein das ein natürlich klar ich 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 Ja, Kampfdisziplin. Was bräuchte ich denn da nicht? Ich weiß, dass W relationslöser den der Ruhm quand ich weggehe, und wenn ich hier die Ruhm mit dem Ruhm bin, dann... ...zauber ist die Richtung. Der der richtige Zartner. Da ist Franz... Da ist Fernand. Pistole. Im Autenschutz. Attacke. Das ist eine Leverende. Das ist ein Leverende. Für uns geht's nur noch ein Wiesmann. Ganz ein. Wir müssen den Mord schon machen. Äh? Ich hab so'n Papier schon weggebracht. Ich hab so'n Papier schon weggebracht. Ich hab so'n Papier. Ich hab so'n Papier und Fell. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung 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 des ZDF für funk, 2017 Es war auch ein bissl viel. Glaubt schon mal. Joa, wahrscheinlich alles gekullt, was da auch war. Verdammt. Okay. Die Inkubatoren sind hier drin. Oh, war precious. Okay, das macht's so schön. Was ist das Alteid? Musik? Musik? Musik, die Kussi... Musik, das ist... Lass uns auf den K restaurieren zu bekommen. Das war's. Die Stierle sind nicht zusammen. Das ist schon was. Wo muss ich sagen, glaube ich. Botschild ist überall. Das war's. Das war's. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, das ist ja nicht so. Ah, das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Nein! Ach, die verwandeln die. Ach, die verwandeln. Ach, die verwandeln die. 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 Okay. Slow. Oh, schon ist er noch wieder mit hier Okay. Ja, das war wirklich gut. Oh Put this out Um Don't go No, yeah No I 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